... aus der UdSSR. Ihr Vortrag jetzt mit Ihrem Lieblingsgerät, mit dem Band. Sie hat im Verlauf ihrer Darbittungen hier in Paris vor allem auch Aufmerksamkeit erregt durch ihre verschiedenen Musikstücke, auch hier progressiv die Begleitung für ihre Bandübungen. Vielleicht, liebe Zuschauer, setzt sich das ja durch, dass bei Meisterschaften die Kunstturner, die Sportgymnastinnen und die Trampolin-Turner gemeinsam auftreten. Versuche dieser Art werden immer wieder unternommen, wie hier auch im Rahmen der vierten internationalen Meisterschaften von Frankreich. 9,4 am Ende. ... ... ... ... ... ...